Hallo und herzlich willkommen zu meinem Daily Vlog. Ich bin jetzt gerade aufgewacht, wie man es auch unschwer erkennen kann. Und ich gehe jetzt, ich dusche jetzt, dann gehe ich kurz zu Oskar, weil das Gorillapod, was ich gerade hier in der Kamera dran habe, das braucht er wieder. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe mir ein Gorillastück hier... Boah, jetzt bin ich glücklich, dass ich mein eigenes Gorillastativ habe. Und wir haben schon 11 Uhr und ich habe noch nichts gegessen. Aber ich muss auch noch das Video von gestern schneiden. Ähm, ach ja genau, ähm, zu meinem YouTube-Namen. Ich wollte mich eigentlich umbenennen, aber ich wusste nicht, wie ich mich nennen soll. Und dann habe ich halt so ein bisschen ausprobiert und ich heiße jetzt B, also B, E. und als Nachname ist ein N da. Dann haben mir ganz viele auf Twitter geschrieben, dass, ähm, dass man den Namen so schreiben kann, dass man Ben als Vorname nimmt und einfach einen Punkt als Nachname und der Punkt wird bis dann halt weg, im Endeffekt. Aber bei mir steht der jetzt leider. Ähm, ihr Name wurde erst kürzlich geändert oder so. Und ich habe mir dann auf YouTube und ich habe auch gegoogelt, was man da jetzt machen kann. Und da steht, dass man manchmal bis zu drei Monate warten muss, bis man seinen Namen wieder ändern kann. Also wenn da irgendjemand ein paar Tipps hat oder so oder keine Ahnung, ob man das irgendwie auch anders machen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ach ja, und ich habe jetzt auch schon 4.000 Abonnenten. Wollte ich auch nochmal einfach nur Danke sagen, weil ich bekomme jetzt irgendwie gerade am Tag, also gestern habe ich 800 bekommen, vorgestern habe ich 2.000 bekommen. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. So, ich habe mir jetzt hier gerade nochmal ein lecker Müsli gemacht. Ich esse jetzt gleich mit meiner Familie, da ihr ja alle immer in den Kommentaren gefragt habt, was ich für die Kamera habe und was für ein Objektiv ich habe. Ich habe die Canon EOS 600D und als Objektiv habe ich die Canon Zoom Lens 18-135mm. So, ich gehe jetzt mit meiner Familie aufs Boot. So, ich gehe jetzt mit meiner Familie aufs Boot. So, ich gehe jetzt mit meiner Familie aufs Boot. Ich bin jetzt kurz ins Wasser gesprungen und wir drehen jetzt auch wieder um und fahren nach Hause, weil das Wetter wird nicht besser und ist auch nicht so schön. Ich skype jetzt schon seit über einer Stunde mit dem lieben Philipp und schaut euch mal an, was der mir für ein cooles Banner gemacht hat. Schaut euch mal dieses coole Banner an. Draußen regnet es mega. Ja, ich gehe jetzt mal. Genau. Da coloured das Ding. Na die Free! Da läuft. Also, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Wenn euch der heutige Vlog gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!